Es ist generell nicht Sustinas Art, viel zu reden. Ich weiß auch nicht. Sie lebt in einer anderen Welt. Und das macht es so schmerzhaft für sie. Ich kenn ein Geheimnis. Willst du es hören? Was macht Ihrer Meinung nach einen Menschen zum Mörder? Die Entscheidung. Man kann sich auch auserkoren fühlen. Dazu berechtigt, über das Leben eines anderen Menschen zu entscheiden. Sie ist tot. Wer ist tot? Angenommen, deine Tochter hat den Mörder an dem Abend gesehen, dann kann er natürlich auch sie gesehen haben. Don't tell your mom mercy. Die Zeit. Das war die Verkaufelung. Ich schau mal. Ich schau mal. Ich schau mal. Danke.